und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge live und nur davor stellen vollständigkeit halber zeige ich euch jetzt hier auch noch das live websen facebook event für das sommer event von websen habe ich ja gesagt halt ausschaut es kann jederzeit kommen hat es tatsächlich noch fast ganz schön lang gedauert fast eine woche aber jetzt ist es da also jetzt auf facebook gehen denn es geht nur bis juli den 31 23 59 also bis dahin kann man nur diesen code den man hier bekommt einlösen und ja also läuft heute wenn ihr das video seht läuft das schon ab also schnell heute machen sonst ist vorbei und ja genau sonst steht nichts wichtiges ist alles was ihr machen müsst ist hier draufklicken wo box da muss man sich auch nicht bei facebook anmelden ist auch nicht schlecht und dann das weiß ich kann jetzt noch mal machen also ich habe schon gemacht meine ip steht da dass man das nicht zweimal machen darf ok steht nicht da ok egal auf jeden fall ist ja dieses bild und man soll einfach irgendwelche captions schreiben und dann kann man zum beispiel reinschreiben bei a hey süßer und bei b was geht und ja dann ist mit answer und jetzt müsste es eigentlich nicht funktionieren ach so ne man braucht doch ein facebook account das ist ein facebook account gebunden dementsprechend kann man es nur einmal machen ausmacht mehrere das denke ich mal fast niemanden zutrifft aber who the fuck hat mehr als einen facebook account einer reicht mir schon naja aber auf jeden fall okay braucht man doch einen facebook account dann sorry für die falsche info aber deswegen ist noch mal getestet also egal was ihr reinschreibt ich weiß gar nicht ob es auch funktioniert wenn man nichts reinschreibt okay vielleicht tatsächlich auch also er schreibt einfach irgendwas rein bisher egal genau aber auf jeden fall nicht schlecht und was gibt es ja bevor ihr das ganze macht und euch eventuell ja wer wirklich schlimm noch auf facebook anmeldet ist ja quasi wie okay mir fällt jetzt nicht sein egal ihr kennt meine vergleiche mir wäre schon was gutes eingefallen auf jeden fall gibt es in meinen augen trash aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht und da gratis ihr ticket sieben tage segengebunden natürlich also ist mal was anderes muss man sagen da gratis ihr tickets gibt es jetzt nicht so häufig das ist eigentlich relativ selten dass man da mal ins gratis bekommt vor allem sieben tage auch noch dazu ja ja mir bringt zeit absolut gar nichts aber ich wusste es vorher nicht aber ehrlich gesagt jetzt mir auf keinem account irgendwas gebracht also immer also naja gut das stimmt nicht jetzt auf irgendeinem account hätte es mir irgendwann vielleicht schon mal was gebracht aber naja man braucht ja eh immer zwei oder sogar drei oder sogar vier tickets je nachdem was man auf der gratis hervor hat deswegen naja ist es wie gesagt jetzt nicht so krass aber mal was anderes und ganz ehrlich besser ist wenn es jetzt irgendwie noch mal fünf luftballons von jeder farbe gegeben hätte weil davon hat man ja auch mehr als genug bekommen und ja auch sonst ich mein gut refresher heute und sowas hätte ich ehrlich gesagt bevorzugte noch mal so ein reset coupon also reset up cut refresher heute kredit und sowas die hätte ich eigentlich also das hätte wahrscheinlich jeder bevorzugt fett power ups noch mal hinterher geschmissen jetzt hat man sie ja eh schon alle segengebunden jetzt ist ja nicht mehr so schlimm wenn man sie bekommt weil man sie ja eh schon im inventar hat und wesentlich die ganze zeit weggeschmissen hat kann sie ja nochmal wegschmeißen oh ich sehe ich habe noch acht minuten ohne mit der party punkte genau aber ihr könnt euch wenn ihr es wollt und wenn es nicht wollt dann könnt euch nicht genau heute machen wir am minus mal wieder ich habe es jetzt eigentlich die ganze zeit nicht mehr gemacht ich habe auch das jetzt der winos job by the way das habe ich gar nicht erklärt das letzte minos drop video habe ich ja geschrieben erst das war es erst mal mit am minus oder so das war darauf bezogen dass jetzt bei dem aktuellen event fahr mich keiner minus mehr weil am minus er trotzdem ein bisschen zeitintensiv ist also zwar relativ gering alle zwei stunden mal knappe 20 minuten ist jetzt ja kein krasser zeitaufwand aber es summiert sich und naja meistens job mehr doch nicht so schlecht dass ich jetzt tatsächlich die letzten male ziemlich glück ist ihr habt zwei äxte in insgesamt keine ahnung knapp 100 runs gedroppt also war ich ziemlich gut also was heißt eigentlich ziemlich gut ist war ich saukrass ultra lucky aber so ist es halt meistens eben nicht also ich hatte davor etliche 100 runs ohne x und von dem her kann es halt bei solchen events auch einfach mal besser sein wenn man es einfach nicht mehr fahren dass ich um mir die boxen immer mal wieder wenn ich gerade mal ja noch irgendwie auf irgendwas wartet oder so ein video das noch wendet oder irgendwie sowas nur ich mal schnell die boxen aber ein freund unten wann mache ich jetzt während dem event eigentlich nicht also eigentlich noch jetzt zwei wochen ungefähr nicht mehr also im stream vielleicht hier und da mal aber das ist ja dann was anderes ich rede jetzt hier vom täglichen von der von der täglichen arbeit kapper ja genau deswegen ist das video so und genau gut dann ja wie sieht meine aktuelle event ausbeute aus und wie droppt so also es droppt eigentlich ganz gut einen tag hat es jetzt richtig schlecht gedroppt haben auch schon ein paar leute gesagt wow drop rate angepasst aber also ich kann es nicht so gut beurteilen weil es mit einem richtigen farm char und auch einem besseren level und besseren voraussetzungen allgemein und kein aoe noch nicht getestet habe aber ich bin der meinung und viele andere auch das ist einfach halt jetzt wahrscheinlich wirklich auch weil jetzt haben auch die letzten ferien angefangen ich weiß gar nicht in anderen bundesländern geht glaube ich jetzt die schule schon wieder los oder bald aber in bayern haben jetzt die ferien angefangen vor ein paar tagen beziehungsweise am freitag glaube ich und das heißt da dürfte auch noch mal einen schwung mehr jetzt zocken baden-württemberg dürfte jetzt auch noch nicht lange ferien haben also da dürften und urlaub ich meine es ist jetzt Anfang august ende juli also dann wahrscheinlich auch viele leute jetzt einfach urlaub studenten haben fast alle jetzt frei also entsprechend viele leute zocken halt gerade live und da kann es auch einfach sein dass jetzt eben mit diesem schwung aus bayern und oder allgemein aus dem süden jetzt einfach so viele leute trotzdem noch zusätzlich zocken und halt mit den urlaubern et cetera noch äh dass derzeit einfach wirklich die drop rate noch mal krass abgesunken ist in einer woche kann sein ich habe keine ahnung ich kann es nicht so gut beurteilen aber ich denke nicht dass ich die drop rate angepasst haben weil die war ja eh schon nicht so krass eigentlich genau und ah ja genau also ich habe 460 jetzt also von null ich hatte keine mehr ich muss mich nochmals ich muss mit sicherheitshalber muss ich mich noch mal auf ein paar charts einloggen aber ich bin mir eigentlich tausendprozentig sicher dass ich keine mehr habe weil das letzte silberhard event ist auch schon richtig lange her ähm das letzte silberhard event tatsächlich war sogar äh als ich noch auf clockworks gespielt habe das war 2015 und da habe ich es tatsächlich gar nicht auf devos gefahren also kann ich da habe ich gar nicht auf devos gespielt zu dem zeitpunkt also kann ich tatsächlich gar nicht silberharz von damals haben und das heißt davor war es wahrscheinlich keine ahnung 2014 oder 2013 und naja da habe ich safe keine mehr also das nee nie im leben habe ich da noch welche übrig und vor allem nicht viele genau aber ja ist auf jeden fall schon ganz schön lange her und jo aber ja 460 und was ist mein ziel oder was will ich mir holen und was würde ich auch euch empfehlen das habe ich eigentlich schon im event video gesagt ähm oh bitte stirb nicht ja nein es hat es überlebt ähm ich werde mir wahrscheinlich only die 300er box holen weil mir geht es halt eigentlich wirklich nur um die full party scroll party stapel ist auch nicht schlecht das werde ich mir noch überlegen ob es mit das worth ist aber ich muss ganz ehrlich sagen party stapel 15 tage kostet 63 w coins und das ist halt einfach das ist halt einfach nichts ja also 63 w coins ist halt richtig wenig äh full party skip 15 tage also die red scroll 15 tage kostet 175 und die große weiß ich jetzt gar nicht auswendig kostet glaube ich 230 oder ne 250 glaube ich oder jetzt muss ich nachschauen jetzt muss ich nachschauen das kann ja nicht wahr sein dass man das nicht auswendig weiß na ich glaube 280 280 genau kostet 280 für 30 tage für das gleiche geld kriegst du fast 5 mal die 15er stapel scroll ähm ist natürlich nicht schlecht also äh nicht teuer und ja nicht schlecht ist es auch also die ist jetzt sage ich mal nicht so krass ähm wichtig weil man sie sich einfach viel leichter selber holen kann ähm man braucht nicht viele w coins dafür und sie kostet halt wenn man selbst wenn man sie für w coins kauft halt auch einfach nicht so viel und wenn man sich da einmal einen schwung von zum beispiel 1000 w coins holt dann hat man da auf jeden fall auch schon fast einen jahresvorrat zusammen und deswegen bin ich wahrscheinlich eher für die red scroll und mein wirkliches ziel wäre es ich werde es aber sehr wahrscheinlich nicht schaffen ähm mir einen jahresvorrat zu besorgen das wären äh 15 tage geht es also 24 mal bräuchte ich sie für 360 tage und würde entsprechend 7200 silberhards kosten zur erinnerung nochmal ich habe 460 460 von 7200 das rechnen wir jetzt gar nicht in prozent um erstens können wir es nicht und zweitens wollen wir es nicht nein spaß ähm nein aber es ist nicht mal ein zehntel nicht mal ansatzweise ein zehntel und dementsprechend ja dauert also auf jeden fall noch eine weile ähm ich weiß nicht ob ich es schaffe weil ich habe jetzt äh das ist tatsächlich auch mein nächstes thema dann mehr zeit zum farmen das heißt also rein theoretisch wäre es auf jeden fall möglich aber ich weiß nicht ob ich wirklich lust dazu aber ich muss ehrlich gestehen das ist schon lange nicht mehr passiert aber vielleicht merkt man es auch ein kleines bisschen aber ich habe eigentlich also eigentlich habe ich es jetzt nicht wirklich raushängen lassen sag ich mal nicht so wie mein dödel kapper was dass ich momentan gar nicht so viel bock auf live tatsächlich habe also ich habe es jetzt echt mal enjoyed äh ich habe jetzt auch am wochenende tatsächlich mal noch ein bisserl andere games gezockt nicht viele aber ein bisschen und ähm also nicht nicht viele also egal die formulierung war einfach dämlich nicht viel aber einfach mal wieder ein bisschen und ich muss sagen es tut schon gut wenn man ab und zu einfach mal was anderes zockt bei immer nur live geht einem irgendwann halt schon auf den senkel und ich sag es nicht ehrlich ich höre jetzt natürlich nicht auf das ist ja ganz klar aber ich meine 7200 bei wie gesagt 460 also ich habe insgesamt noch nicht mal 4 stunden mit arz im jahr gefarmt ja wobei stimmt nicht 5 stunden wahrscheinlich naja 6 stunden wahrscheinlich ja nevermind vergesst das wahrscheinlich so 6 stunden ungefähr farmen ist ja eh relativ weil ich ja eigentlich level ähm und das dann noch nebenbei droppt aber ja ähm jetzt brauche ich noch lead Moment Moment da ist halt schon ein knackiges Ziel was ich da habe oder naja Ziel es wäre halt mein Traum oder ein Wunsch das zu erreichen ähm aber wie gesagt mit meiner aktuellen Situation der naja nicht so krassen Ultralust of life das jetzt wirklich jeden Tag 10 stunden das Event fahren will was denke ich mal verständlich ist dass man da nicht so viel Bock drauf hat ähm ja mal gucken mal gucken wie viel ich schaffen werde das sind ja noch zwei Wochen Zeit also das geht ja noch vom Ding her genau außerdem habe ich mir auch tatsächlich vorgenommen das wird zwar tatsächlich blöd und die meisten von euch würde es eh nicht interessieren ähm haben wir im anderen habe ich die schon rüber getauscht da haben wir im anderen gar keine Aminosboxen bekommen what the fuck damn gut dass ich das Opening schon gemacht habe äh ich werde probieren also ich werde es jetzt mal ausprobieren also es gibt ja große YouTuber ich will jetzt hier keine Namen nennen um jemanden anzuschwärzen es gibt ja YouTuber ob es jetzt immer noch so ist weiß ich nicht ehrlich gesagt weil ich wenig bis keine anderen YouTuber momentan angucke einfach weil ich ja ebenso wenig Zeit hatte also heute zum Beispiel war ich auch erst wieder um 19 Uhr daheim und dann muss ich noch einen Stuhl aufbauen und ja wann willst du da bitte Videos gucken auf jeden Fall war es früher so dass einige YouTuber halt wirklich teilweise zum Beispiel die haben Videos gemacht wo sie über die Gamescom reden wo man halt dann auch deutlich raus hört bei denen ist jetzt gerade März und so die sagen ja es sind noch vier fünf Monate und das Video ist hochgeladen dann 10. August 12. August 13. August also so wirklich fünf sechs sieben Monate vor produziert teilweise also auch so na gut da waren es teilweise gar nicht da waren es nicht mal Singleplayer Let's Plays aber auf jeden Fall halt Let's Play Projekte oder auch Let's Play Togeathers oder so die sie halt mit Absicht quasi vorher produziert haben oh scheiße ah ich habe ja keine Ah ich habe ja keine Ahnung ah die unlimitierten Punkte sind weg damn das habe ich schon wieder vergessen haben die halt einfach so richtig krass vor produziert und ganz so heftig will ich es jetzt eigentlich nicht machen aber muss ich wahrscheinlich weil sonst werden die Singleplayer Let's Plays wahrscheinlich eingestampft weil ich werde dann unter der Woche ab September keine Zeit mehr haben dann für jede Woche immer noch sieben Videos täglich und alle zwei Tage nochmal ein extra Video hochzuladen und zusätzlich noch so viel Vlive zu spielen wie jetzt ungefähr dass ich hier weiter meine Videos und gegebenenfalls Streams und zusätzlichen Content raus zu hauen weil dann ja habe ich quasi gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes also dann locke ich nur noch in der Arbeit, in der Schule oder vorm PC und also das mache ich jetzt eigentlich schon also eigentlich würde sich nichts ändern aber ich meine irgendwann irgendwann wird es ungesund glaube ich und eigentlich ist es jetzt schon ziemlich ungesund weil ich muss sagen in letzter Zeit ich kriege immer so schnell weil momentan bin ich wieder richtig ein bisschen am Ragen kann man sagen also nicht so richtig also früher habe ich mich immer viel mehr aufgeregt über manche Sachen das jetzt nicht aber ich merke einfach wie schnell mir auch relativ relative Lapparien ziemlich hart auf die Eier gehen wo ist denn jetzt die Box das kann ja nicht wahr sein die habe ich doch gerade ich habe doch noch nicht drauf geklickt oder? jetzt jetzt so ein Scheiße genau und ich glaube dass es einfach damit zusammenhängt dass ich halt ungefähr niemals 8 Stunden schlafe außer am Wochenende und da auch nicht mal immer ja und halt einfach wie gesagt so wenig Zeit zum Chillen habe genau das denkt sich vielleicht der ein oder andere whatfuck wen interessieren Videos die keine Ahnung 20 Aufrufe haben täglich so sehr dass man da seine Gesundheit in Anführungszeichen riskiert ach Hala es hat wieder Hexe close rip ist es nicht und ich meine momentan geht es mir auch nur gut ich merke halt einfach nur dass ich ziemlich gestresst bin sage ich mal das wollte ich eigentlich nur sagen also gesundheitliche Probleme habe ich jetzt keine sonst würde ich das natürlich sofort runterschrauben aber ja und ich denke einfach dass es dann halt noch stressiger wird und ich habe da einfach keinen Bock drauf dass es eben noch stressiger wird jetzt geht hier schon wieder der Ton von der nächsten Ex an ja passt so und was ich eigentlich noch sagen wollte wie gesagt Teilzeit Larry es wurde bestätigt ich habe leider die Bescheinigung davon immer noch nicht also die hat gesagt die hat zum Donnerstag in die Post geschickt quasi also ja zur Post gegeben es ist motherfucking Dienstag ich weiß nicht zu welcher Post sie es geschickt hat aber keine Post der Welt braucht für einen fucking Brief so lange zumindest keine die ich kenne und ja keine Ahnung aber sie hat auf jeden Fall gesagt es ist bewilligt also scheiß drauf gehe ich am Donnerstag einfach nicht zur Arbeit und wenn ich arbeiten hätte müssen weil es doch nicht bewilligt wurde not my motherfucking problem naja doch eigentlich schon aber das dürfte nicht passieren aber ja auf jeden Fall wie gesagt Teilzeit Larry das heißt heute wenn ihr das Video seht ist mein letzter Vollzeit Arbeitstag für probably zwei Jahre oder länger oder deutlich kürzer je nachdem aber das mit dem Kürzer hoffen wir jetzt einfach mal nicht und wenn doch werde ich eventuell sogar Teilzeit bleiben also das ist jetzt erstmal auf ein Jahr befristet und dann würde ich eventuell verlängern aber ich glaube wenn ich jetzt tatsächlich aufhören würde würde ich mir vielleicht sogar die Teilzeit Zeit weiter gönnen aber mal gucken keine Ahnung oder nur auf 50% oder so erhöhen weiß ich noch nicht genau aber noch nicht mal mit der Schule angefangen schon drüber nachgedacht wann man aufhört Kappa nein natürlich nicht genau ja was soll ich sonst noch sagen achso achso genau wenn der Let's Places habe ich glaube ich gar nicht wirklich zu Ende erzählt also wie gesagt ich will es nicht ganz so heftig machen aber muss ich wahrscheinlich schon relativ also ich werde jetzt dann also jetzt ist dann ja August und ich werde dann wahrscheinlich schon also ich werde es immer so machen dass ich mindestens bis zu den nächsten Schulferien weil ich ja dann zumindest nicht mehr zur Schule gehen muss da muss ich dann zwar dann trotzdem noch arbeiten aber nur wie jetzt im August nur einen Tag die Woche das heißt Ferien sind dann für mich auch eigentlich wirklich Ferien das heißt ich habe dann viel mehr Urlaub sozusagen in Anführungszeichen wieder und da habe ich dann natürlich schon wieder relativ gut Zeit dass ich da wieder halt an einem Tag mal 6-7 Folgen von einem Let's Play aufnehmen das heißt in so zwei Wochen Ferien kann man schon zwei Monate vor produzieren ist dann eigentlich nicht so schlimm also muss man dann nicht mal unbedingt jeden Tag 20 Videos machen was eh nicht geht aber ja das ist dann ungefähr mein Ziel das ist immer so die nächsten Ferien dass die im Rahmen sind vielleicht noch ein bisschen Puffer hinten dran oder bei einwöchigen Ferien dass man auf jeden Fall Puffer hat und ja dass man dann immer so Zeitsprünge hat also quasi du nimmst jetzt auf und dann kommen bis November oder so oder Ende Oktober kommen jetzt noch Videos vom August also bei Singleplayer Let's Plays natürlich bei Flyfe würde das keinen Sinn machen ähm hätte ich auch gar kein Content für monatelange Videos what the fuck habe ich auch nicht mehr Content für zwei Wochen ähm und genau dass du dann quasi dann im Oktober die nächsten aufnimm oder im September naja ne Ferien sind erst im Oktober glaube ich Herbstferien keine Ahnung und das dann schon wieder bis Januar geht und dann Dezember machst du schon wieder bis April vielleicht sogar oder bis mindestens Ende Februar oder irgendwie so also wenn ihr versteht was ich meine immer solche Dinger weil anders anders würde es halt nicht funktionieren genau aber ich will auch selber die Singleplayer Let's Plays nicht einstellen es ist auch nicht wegen den Klicks offensichtlich es ist einfach weil ich selber Bock drauf habe meistens zumindest bei manchmal manchmal natürlich nicht aber das ist immer so Flyfe habe ich auch nicht immer Bock oder nicht immer so viel Bock wie man es eventuell haben sollte oder müsste wenn man jeden Tag spielt ähm aber ja es macht trotzdem meistens Fun und wie gesagt es tut einfach gut wenn man nicht immer nur Flyfe zockt wenn man zockt vor allem unter der Woche ist es echt mal nice wenn man auch einfach mal Kingdom Rush Resident Evil oder was auch immer hat das zocken kann und sich dann erst in Flyfe einloggen muss in Anführungszeichen ist einfach chillig und es gibt trotzdem einige Leute die Singleplayer Let's Plays gern gucken und freut mich auch immer wenn die kommentieren und Spaß bei haben und das reicht mir dann eigentlich auch schon also ja genau und deswegen probiere ich das auf jeden Fall weiter bei zu behalten kann natürlich trotzdem passieren dass ich es einfach nicht schaffe immer so krass lange Zeiträume vor zu produzieren also ich meine das ist durchaus möglich vor allem wenn man irgendwie technisch was nicht geht also PC Aufnaheprogramm oder sonst was es kann ja immer irgendwas passieren das ist natürlich dann immer dieses Risiko was man hat aber ich sage mal das Risiko habe ich jetzt jeden Tag also das hat man immer dass man irgendwie skanaterisch der Blitz einschlagen und der ganze PC ist im Arsch und man muss erst mal wochenlang auf 9 warten unter Umständen kann alles immer passieren aber dagegen ist man halt nicht gewappnet also ich meine das ist dann halt so genau genau aber ich sage jetzt mal das ist dann doch eher unwahrscheinlich also das wo was kaputt ist schon aber dass jetzt der PC so hart im Arsch ist dass wochenlang nichts geht ja nicht also ja genau ähm ja dann war es das eigentlich ich mache mich ready zur Arbeit und ihr habt wahrscheinlich alle frei gesagt was ähm was ich habe nichts gesagt genau dann löst auf jeden Fall den Coupon ein genau jetzt habe ich das beinahe wieder vergessen und bekommen einige Nachrichten nice und dann macht's gut dort rein dann müsst ihr einschalten bis zum nächsten Mal und ciao ciao ah ja genau und Streams kommen natürlich dann bald wieder keine Sorge den